Wie war das damals? 2020, im Winter, als die zweite Welle kam. Ich war gerade 24. In dem Alter will man doch rausgehen, was erleben, feiern, jemanden kennenlernen. Aber es kam alles ganz anders. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte auf einmal unser Leben. Und die Welt, wie wir sie bisher kannten, das Schicksal unseres Landes, lag plötzlich in unseren Händen. Und wir taten, was man von uns erwartete. Stay home. Aber wir machten Sport. Mit Geduld und Sport kämpften wir gegen die Ausberettung des Coronavirus. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Video. Unser Schweinehund war die Front. Und unsere Ausdauer, unsere Waffe. Wenn ich mich heute an 2020 erinnere, muss ich fast ein bisschen schmutzeln. Leute, macht mit. Gemeinsam halten wir uns gesund. Ich glaube an das Miteinander. Deshalb unterstütze ich aktiv. Wir machen wir. Lasst uns Ingolstadt gemeinsam gestalten. Macht mit. Ich mache jetzt auch mit. Wir auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Untertitelung. BR 2018